hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video die entscheidung die ich getroffen habe ist jetzt schon wieder vier tage alt und trotzdem bin ich immer noch ängstlich und fragt mich was mich da geritten hat und weiß aber auf der anderen seite dass es genau die richtige entscheidung war und ist und dass das jetzt ansteht und dass das jetzt gemacht werden muss und zwar ich hatte vor ein paar wochen video hochgeladen wo ich euch erklärt habe wie gerade der aktuelle stand von finde dein mama glück ist wie es mir gerade in meiner selbstständigkeit geht was da gerade schwierig ist und so und dass ich nicht weiß wie das ganze weitergehen wird und am donnerstag letzte woche habe ich beschlossen dass ich alle online kurse alle audiokurse loslasse und das ist so schwer für mich weil das ja gute kurse sind weil das hilfreiche kurse sind weil diese kurse schon so vielen frauen geholfen haben und auch noch in zukunft so vielen frauen helfen könnten aber ich bin der meinung ich persönlich als creatorin dieser kurse bin diesen kursen entwachsen und ich hatte gestern abend so ein bild ich bin in so einem weißen raum gefangen vor mir sind ganz ganz viele türen und die sind alle aber alle fest verschlossen weil die tür hinter mir noch so ein spalt breit offen ist und ich muss diese tür jetzt endlich schließen damit sich vor mir eine oder mehrere türen öffnen können so bild hatte ich gestern dieses feststecken weil ich aber die tür zurück noch nicht ganz geschlossen habe und das erklärt glaube ich ganz gut warum ich diesen schritt gehe ich möchte die tür hinter mir schließen und damit alle meine audio und online kurse dies zum aktuellen stand zu kaufen gibt schließen loslassen und damit eben raum schaffen für neues diese tür hinter mir schließen eine neue tür öffnen und gucken was ich dann kreiere aber das fällt mir wahnsinnig wahnsinnig schwer und es macht mir auch angst dann zu sagen klart und dann gibt es da aktuell gerade nichts von mir zu kaufen deswegen machen wir jetzt folgendes wir machen einen final sale der hat am ersten märz gestartet geht bis ende märz also den kompletten märz über schenke ich euch meine online und audio kurse ihr spart bei allen kursen unter 100 euro 50 prozent das heißt meditations kurs kostet jetzt nur noch 30 euro und bei den zwei kursen die über 100 euro kosten spart ihr sogar 70 prozent die codes dafür sind geschenk 50 und geschenk 70 ich verlinke euch das aber auch noch mal alles in der infobox die gutschein kurz die benutzen könnt auch natürlich die seite auf der ihr meine audio und online kurse findet und dann habt ihr noch mal drei monate zugriff auf alle kurse und dann wird das ganze geschlossen dann wird es dicht gemacht ihr könnt aber viele bei manchen kursen sogar alle inhalte herunterladen und habt die dementsprechend noch viel viel länger zu eurer verfügung krass oder machen wir einfach schluss damit in den nächsten tagen und wochen werden noch mal einzelne videos kommen in dem ich in denen ich euch die einzelnen kurse noch mal genau vorstelle ich sage hey der kurs ist gut wenn du dann lernst du und du befindest dich dann da wenn du den kurs durchlaufen hast falls ihr euch jetzt gerade unsicher seid welcher kurs würde mich denn jetzt aktuell in meinem mama alltag am meisten unterstützen dann erfährst du das wahrscheinlich in diesen videos kontaktiere mich aber auch super gerne zum beispiel über instagram oder indem du mir eine e mail schreibst du nicht bei instagram bist oder du schreibst mir einfach einen kommentar wenn es okay für dich ist sag mir hey das sind gerade meine herausforderungen welche lösung in kursform hast du für mich welches wäre gerade der richtige kurs für mich klick dich einfach mal in die seite rein schau dir alle kurse an die sind noch mal genau beschrieben mit den inhalten der kurse und wenn du fragen zu den einzelnen kursen hast dann schreibt mir sehr sehr gerne nutzt für dich noch diesen final sale dann ist das alles und ich weiß nicht was danach kommen wird das ist gruselig aber da wo eben die angst liegt liegt auch das wachstum und deswegen mache ich das gerade deswegen gehe ich gerade diesen weg und ich hoffe ihr unterstützt mich dabei und das könnt ihr fort tun in der form in dem ihr dieses video hier natürlich teilt das auch an menschen weiterleitet die zum beispiel jetzt mal auf der suche waren nach einem meditationskurs oder die gerne was zum thema selbstliebe machen wollen würden oder 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 sehr gerne das würde mich wahnsinnig unterstützen auch hier könnt ihr mich auf youtube unterstützen indem wir jetzt den algorithmus füttern und ihr dieses video liked natürlich meinen kanal abonniert wenn ihr das noch nicht getan habt und bitte unbedingt einen kommentar schreibt dieser kommentar kann sich handeln um eure aktuellen herausforderungen und die passenden kurse dazu oder einfach nur einen lieben gruß denn jeder kommentar unter diesem video füttert den algorithmus hier bei youtube und mein video wird besser ausgespielt und damit habe ich jetzt natürlich noch mal die möglichkeit ganz ganz vielen mamas da draußen mit meinem kursgeschenk zu helfen sie zu unterstützen und jetzt noch mal alles aus diesen kursen aus diesem geballten wissen aus dieser geballten unterstützung und transformation zu nutzen um damit jetzt in den nächsten vier wochen noch mal so vielen mal was wie möglich helfen zu können das macht mir den abschied und diesen schlussstrich wesentlich leichter wenn ich für mich so im hinterkopf habe er in diesen wochen profitieren noch mal so viele frauen von diesen kursen das macht mir den abschied wahnsinnig leichter euch danke ich an dieser stelle für eure unterstützung freue mich auf eure kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten mal bis dahin tschüss